Die helle und die dunkle Seite der Macht. Tatsächlich ist die Entscheidung, wo will man sich zugehörig gefühlen? Zu den DAXianern auf der Long-Seite. Starke Situation. Wir hatten gestern schon einen riesen Aufwärtsmarkt nach dem Bruch aus der Widerstandszone. Auch heute der Tag immerhin grün, noch mal weiter gestiegen ein bisschen. Also erstmal starke Situation beim DAX. Gibt es gar nichts zu maulen. Keine Situation, um aktuell aktiv auf die Short-Seite zu blicken. Das kann sich ändern. Wir wissen aber, wie es aussehen müsste für die Short-Seite und bisher zumindest mal gibt es da nichts zu maulen aus aktueller Sicht. Insofern soll man kaufen? Naja, meine Meinung kennt ihr, was das angeht, auf den höchsten Niveaus zu kaufen. Ich bin da sehr vorsichtig. Wenn ihr jetzt immer noch kaufen wollt, dann guckt, ob ihr hier im kleinen Bild, hier im 5-Minuten-Chart beispielsweise, im Viertelstunden-Chart, irgendwas findet, was Schub nach oben macht. Gut, die ganze Zeit nach oben. Also da gibt es eigentlich nichts zu maulen. Und möglichst korrektiv nach unten. Wir können mal gerade gucken, ist das hier korrektiv nach unten? Immerhin gibt es hier Gegenbewegungen. Wir hatten hier eine Gegenbewegung. Wir hatten hier eine Gegenbewegung. In dieser Abwärtsbewegung. Diese Gegenbewegungen sind aber nicht überschneidend. Ui, das müssen wir uns genauer angucken in den nächsten Stunden. Denn das sieht aus wie ein Fünfweller überlappungsfrei. Überlappung ist immer, wenn die Gegenbewegungen überschneidend sind. Die sind aber hier nicht überschneidend. Deshalb der Verdacht, könnte das vielleicht sogar ein Abwärtsimpuls sein? Die Nachmittagshändler werden sicherlich genauer drauf gucken. Ich mache das mal ein bisschen größer, wie das aussieht. Also diese relativ fünffällige Abwärtsbewegung. Wenn wir jetzt hier etwas möglichst Korrektives bekommen, dann wäre am Ende dieser Korrektivbewegung eigentlich zu erwarten, dass wir nochmal so etwas bekommen. Also nochmal eine Abwärtsbewegung, ähnlich wie die, die wir hier vorne haben. Die Märkte sind nicht immer 100% symmetrisch, aber es ist sehr häufig ein Orientierungspunkt. Wenn es darum geht, erst einmal wenigstens ungefähr, was der Markt macht. Ist das hier Korrektiv? Naja, am liebsten hätte ich allerdings steigende Tiefs, steigende Hochs. Das fehlt im Moment noch. Wir haben zwar steigende Tiefs, aber die Hochs sind nicht mehr steigend. Wir hatten zwar hier einen Steigen, also einen Hoch, aber der ist ja noch niedriger. Das heißt, eigentlich müsste er nochmal höher gehen, ein bisschen. Nicht zu hoch. Ihr erinnert euch, die 78er Marke ist für mich die Killermarke, was das angeht. Aber wenn es hier nochmal ein bisschen höher geht, vielleicht 16.240 in etwa, da wäre auch nochmal die Fibonacci Marke. Wenn der da hinginge, irgendwie in diesen Bereich hier rein und dann irgendwie was Umkehrmäßiges zeigt. Eine Umkehrkerze beispielsweise oder Schub runter, wackelig hoch. Das sind alles so kleine Indizien, die verlockend wären für Short-Einstiege. Also wichtig, wenn er hier korrektiv hoch geht, im Moment deutet sich das ein bisschen an. Gucken, sobald er dann die Unterseiten, also nicht den tiefsten Punkt, den muss er nicht mal, die Unterseiten triggert, wäre das vorläufig erstmal ein Short. Vorläufig deshalb, weil es kann sein, dass nach dieser Bewegung diese Bewegung, diese Korrektur zu Ende ist und der Markt weiter nach oben geht. Das ist also kein Beweis, dass der Markt Kilometer fällt. Aber wenn wir dieses Verhaltensmuster haben, ist zumindest diese 1 zu 1 Projektion sehr typisch. Und jetzt kommt der Trader ins Spiel. Der Trader weiß nicht genau, ob er dann doch wieder dreht oder ob er weiter runter geht, aber er richtet sich so ein, dass er sagt, naja, dann muss ich halt dafür sorgen, dass mir das im Zweifelsfall egal ist. Nun, wie geht das? Naja, indem ich einfach sage, wenn ich hier schon an der Stelle shorte, sobald ich hier meine Zielzone erreicht habe, die Zielzone kann ich noch nicht genau sagen, weil wir ja noch nicht diesen Hochpunkt haben und diese 1 zu 1 Projektion richtet sich ja daran. Aber ihr könnt das mehr oder weniger zeichnen dann in euren Chart, ihr könnt es auch mit Zeigefinger Daumen machen und projiziert das dann nach unten und dann habt ihr ungefähr wie hoch oder wie tief in dem Fall die Bewegung zu erwarten ist. Und wenn wir diese Zone hier unten dann erreichen, dann muss es euch egal sein, ob der Kurs hoch geht. Sprich, spätestens dann muss der Stop so sein, dass er nicht mehr ins Minus geht. Denn es ist denkbar, dass der Kurs weiter runter geht. Warum nochmal? Naja, wir sind sehr lange völlig unkonsolidiert. Es ist also absolut realistisch, dass das jetzt passiert. Aber der Markt kann auch sagen, ja, aber wir verschieben das nochmal um ein paar Tage oder Stunden oder Tage. Sprich, wir gehen vorher nochmal höher. Das heißt, ihr könnt nicht zwingend davon ausgehen. Ich rede zwar immer von der Erwartung, dass bald irgendwann mal die Kurse runter gehen. Aber seid da nicht zu voreilig im Sinne von es ist ganz klar, was passiert. Deshalb das, was ich eben angedeutet habe. Der Händler muss dafür sorgen, dass es ihnen im Zweifelsfall egal ist. Und wenn ihr hier irgendwo einsteigt, der Kurs dieses kleine Mindestziel erreicht und ihr zieht den Stop auf dem Einstieg nach, wenn es fällt, freut ihr euch wahnsinnig. Und wenn er dreht, werdet ihr im schlimmsten Fall Plus, Minus, Null ausgestopft. Vielleicht auch ein kleiner Gewinn, notfalls auch ein kleines Minus, aber eigentlich ein Nuller-Event. Da passiert dann nichts mehr. Das heißt, ihr habt dann eine relativ günstige Chance, in den Markt reinzukommen und dann drin zu bleiben. In dem Fall für die Short-Seite. Also gar keine Aussichten auf Long? Naja, nicht ganz. Denn wenn der Kurs tatsächlich diesen Abpraller hier macht, also von hier aus, diese 1 zu 1 Projektion, dann hier hoch läuft, dann haben wir hier wieder umgekehrt ein Long-Signal. Warum? Starke Aufwärtsbewegung, relativ korrektiv anmutende Rücksetzer und die Erwartungshaltung, dass es noch mal weiter nach oben geht. Einzige Problem, in Anbetracht dessen, dass wir schon so stark gelaufen sind, tue ich mich schwer, hier klare Ziele zu definieren. Diese 1 zu 1 Projektion, die funktioniert natürlich insbesondere für eine erste Welle, die ich messe, eine zweite Welle, die Korrektur, die ich abwarte und die dritte, die ich dann handeln möchte. Aber wir haben hier keinen Rücksetzer, der adäquat ist als erste Welle, zweite Welle, denn der Kurs kam ja vorher auch schon von unten. Das muss uns bewusst sein. Also ich bin dann durchaus bullisch, weshalb ich das aber immer so runter mache, ist, ich kann dann keine Ziele klar bestimmen. Das heißt, ich muss dann zufrieden sein, wenn der Kurs irgendwie ein bisschen läuft und dann die Stops halt einfach hinterherziehen. Das ist sowieso etwas, was auch die Längerfristigen tun können, aber das haben wir jetzt so häufig erwähnt. Guckt, dass in eurer Lieblingszeiteinheit der Stop dann entsprechend hinterhergezogen wird, je nachdem, ob ihr etwas aktiver sein wollt, noch falls wieder reingeht, falls ihr zu früh ausgestoppt seid oder ob ihr sagt, nee, ich will das möglichst nicht mehr anfassen. Ich kann auch durchaus den Stop ein bisschen weitersetzen. Klar, man riskiere ich vielleicht noch ein bisschen Buchgewinne, aber dann bleibe ich wenigstens drin. Also ihr seht, spannend beim DAX, es besteht so im Intraday-Handel hier eine realistische Chance, dass wir in der nächsten Zeit hier die Abwärtsrichtung nochmal sehen. Wir können nochmal gucken, ob das beim Future auch so ist. Das, was wir eben angeguckt haben, war der DAX-Index, bezog sich also sehr stark auf den Kassamarkt, also auf die Aktien. Das ist jetzt hier der Future-Markt, aber ihr seht schon, das Bild ist mehr oder weniger gleich. Auch hier, wenn das jetzt hier eine Korrektur wird, denkt dran, Korrektur steigende Tiefs, steigende Hochs, das Letztere fehlt noch. Da hat er also noch ein bisschen was zu tun und dann eben eine realistische Chance für nochmal nach unten. Die ist auf jeden Fall gegeben. Ihr seht, das Ganze kann spannend werden. Und wir sehen, dass wir auf Tagesbasis beim Future vielleicht sogar noch eine Umkehr kriegen. Wenn nämlich der Schlusskurs wieder ein bisschen runterkommt, dann ist der Körper auf einmal niedriger. Dann haben wir einen langen Tail und einen kleinen Körper. Das werden wir gleich an anderer Stelle nochmal brauchen. Aber im Moment ist es noch kein Umkehrsignal. Aber wenn der Kurs tatsächlich nachher noch weiter fällt bis Tagesende, hätten wir hier sogar auf Tagesbasis ein Short-Signal. Also ihr seht, es droht tatsächlich der Markt in die Pause zu gehen. Und manche einer sagt sich, ich meine, Schröder, das ist doch sowieso das, was du immer sagst. Wir hatten einen Anstieg. Wir haben hier eine Pause. Wir hatten hier einen Anstieg. Hier hatten wir wieder eine Pause. Und jetzt sind wir wieder im Anstieg. Das heißt, wir sind eigentlich irgendwo so in dieser letzten Bewegungswelle. Die kann noch ein bisschen weiter gehen. Sie muss noch nicht sofort drehen. Aber wir sind im hinteren Teil. Ja, stellt euch vor, ihr müsst das Bonbon als letzter lutschen. Es kommt immer darauf an, wer vor allem gelutscht hat möglicherweise. Aber das will man typischerweise nicht. Das ist hier bei den Aktienmärkten auch so. Wenn man ihn ganz lange schon drin hat, lutscht man ihn gerne bis zum Schluss. Aber wenn man noch nicht in den Genuss kommt. Komisches Bild, was ich euch gerade zeige. Aber vielleicht vergesst ihr es genau deshalb nicht wieder. Und denkt daran, ja, wenn ich hier vorne das Bonbon noch nicht dabei habe, hatte, jetzt nicht mehr fragen darf ich auch mal. Naja, gut. Also ich hoffe, ihr seid mir nicht böse wegen dieser Bilder. Aber das Gute ist, das vergesst ihr dann nicht mehr. Und nimmt euch so ein bisschen den Druck. Ja, als will ich es aber doch auch noch. Ja, nicht als letzter. Entweder von Anfang an oder von irgendwo früh an, sagen wir mal so. Aber nicht hier so den letzten Teil zwangsweise noch. Aber vorsichtig, diese Kerze ist ja noch kein Umkehrsignal. Also bei weitem noch nicht. Gar nicht. Null. Nada. Aktuell nicht. Aber sie hätte noch das Potenzial, wenn der Kurs im Laufe des Tages noch weiter runter geht, ein Umkehrsignal zu werden. Achtet da drauf. Ich habe euch gestern für den Nasdaq und für den S&P gesagt, achtet mal drauf. Heute sage ich euch, achtet mal beim DAX-Future drauf. Ich bin mir nicht sicher, dass er das liefert. Wenn er das aber liefert, habt ihr heute irgendwas zu tun. Oder heute Nacht irgendwas zu tun, beziehungsweise morgen früh dann, von wegen Umsetzung der ganzen Geschichte. So, gucken wir uns den Dow Jones an. Der ist noch alles andere als negativ drauf. Wir sehen das weder im Tagesschart. Gibt es noch null Ambitionen für eine Wende? Gar nichts. Null. Nada. Allerdings kommen wir auf den nächsten Widerstand. Nämlich das Hoch aus dem, na sagen wir mal Sommer, irgendwann im Juli war das. Das Hoch. Das Allzeithoch ist noch ein bisschen weiter weg, aber auch nicht mehr so arg weit. Aber das letzte Juli hoch, das haben wir inzwischen angesteuert. Wer sich übrigens wundert, warst du nicht der Kerl, der mal gesagt hat, wir kommen noch mal da unten hin? Ja, streng genommen ist das sogar noch nicht mal vom Tisch. Aber es gab hier vorne immer wieder Short-Einstiege, die man mitnehmen konnte. Mit Nachzieh-Stops, darüber haben wir ja immer wieder auch gesprochen. Aber aktuell jetzt auf die Short-Seite macht einfach keinen Sinn. Trotz alledem, 100% sicher vom Tisch ist das Szenario nicht. Aber das ist kein Szenario, über das wir heute sprechen müssen. Denn solange der Markt dynamisch nach oben geht, ja, dann short dich doch nicht. Also dafür müsste er schon irgendwie was machen wie hier. Schub runter, wackele ich hoch. Dann sind das Short-Signale, hier so wie wir das hier hatten. Ihr seht das hier, Schub runter, wackele ich hoch. Das sind Short-Signale, ja, so an der Stelle. Na gut, also lassen wir das mal dahingestellt. Im Moment ist es noch die Long-Seite. Es gibt auch im 4-Stunden-Chart, es gibt auch im 5-Minuten-Chart noch keine Anzeichen für den Dreh. Wer Long ist, super. Ich finde es nicht smart, jetzt da noch einzusteigen. Ihr könnt das anders sehen. Ich finde es nicht gut. Gut, wenn ihr unbedingt einsteigen wollt, lasst euch das zeigen im kurzfristigen Chart, wie ich das die Tage jetzt mehrfach gezeigt habe. Das will ich jetzt nicht nochmal detailliert machen. Ihr erinnert euch vielleicht. So, jetzt kommen wir zur dunklen Seite der Macht, die ich eben angesprochen habe. Und ich habe es gestern schon angedeutet. Achtet mal drauf, die Gefahr besteht. Die gestrige Kerze, das war diese hier. Die sah gestern, als wir uns getroffen haben am Nachmittag, noch nicht so aus. Da war die noch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, rot oder grün. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wahrscheinlich grün sogar noch. Aber sie hat inzwischen genau das geleistet, was ein Umkehrsignal ausmacht. Langer Tail auf der Oberseite, kleiner Körper, in dem Fall natürlich unten orientiert. Und dementsprechend ein Short-Signal an der Stelle. Wir haben gestern darüber gesprochen. Ich habe es jetzt nicht rumgesendet, bisher zumindest mal nicht. Aber nachdem ich es so prominent angekündigt habe, wird es wahrscheinlich jeder, der sich ein bisschen für die Märkte interessiert, selber gesehen haben. Nachdem ich es jetzt mehrmals angegeben habe. Und der Markt ist sogar jetzt noch dran. Wenn es gleich noch zeitlich reicht, können wir da sogar noch einen Trade dazu basteln. Immer noch. Weil der Kurs hat zwar schon mal einmal getriggert. Wir sehen, der war schon mal unten. Aber er ist jetzt quasi auf dieser Short-Einstiegshöhe. Also wer es noch nicht gemacht hat und sagt, die Idee, ich werde das mal mitverfolgen. Die Chance dafür ist relativ groß. Heute ist Donnerstag und es droht sogar im Wochenschart möglicherweise ebenfalls ein Umkehrsignal. Allerdings vorsichtig, die Woche hat den Donnerstag noch und den Freitag. Also dieses hier ist noch kein Short-Signal. Aber es droht hier sogar im Wochenschart ein Umkehrsignal. Und damit dann endgültig der Hinweis, kommt da noch mehr? Mal gucken. Ich weiß es nicht. Also behaltet das mal im Auge. Aber darüber werden wir natürlich noch sprechen. Im Moment sollte das Augenmerk dieser Situation hier eben gelten. Also dem Short an der Unterseite dieser Marke. Die Zielerwartung, wenn er wirklich jetzt runter geht, ist, naja, ich sehe zumindest eine realistische Chance, dass er bis hier hingeht. Also ungefähr 4.415 wäre so die erste Fibonacci-Marke. Da haben wir sogar noch eine gewisse Unterstützung hier. Also irgendwo da in dem Bereich würde ich mich jetzt nicht wundern, wenn der Kurs fällt. Das muss er nicht in voller Gänze tun. Trotzdem ist es ein Einstiegsszenario, um mal irgendwie reinzukommen in den Markt und dann gegebenenfalls hier mal für viele Stunden, vielleicht einige Tage, sogar die Short-Seite mitzunehmen. Also der S&P hat es schon vorgemacht. Der DAX könnte folgen, wie wir es gesehen haben. Der Dow verpenst gerade voll. Die Dow-Händler, die sagen sich, was war was? Habe ich nicht gesehen. Nasdaq, haben wir gestern schon gesagt, ist wohl der Prominenteste, denn Nasdaq, abgesehen davon, dass die wichtigen Tech-Titel da alle drin sind, hatte auch noch sein Jahreshoch hier. Wir haben es gestern ja eingezeichnet, schon gestern darüber berichtet. Er hat genau dieses Verhaltensmuster. Und wer auf eigene Faust es gesehen hat, wir hatten diesen hier schon mal gehandelt. Erfolglos. Hier unten sind wir rein, da sind wir ausgestoppt. Hier ist genau das Gleiche. Allerdings sogar noch etwas schöner im Widerstandsbereich durch diese Geschichte. Und genau so wieder der Handel. Bruchmarke hier. Initialer Stopp beispielsweise hier. Das wäre die klassische Marke. Und auch hier geht es darum, wir haben eine realistische Chance, dass der Kurs in diese Zone reinfällt. Ihr messt vom tiefsten zum höchsten Punkt. Und dass der Kurs sogar hier in diese Richtung reinfällt. Das muss er nicht zwingend. Kann er auch vorher schon drehen. Aber es ist eine sinnvolle Indikation. Und ihr seht, hier vorne hat es nicht geklappt. Ich möchte euch ganz bewusst zeigen, Traden hat was mit Statistik zu tun. Es geht nicht darum, das klappt immer. Das ist ein todsicheres Geschäft. Traden ist das nicht. Sondern Traden ist etwas, was auf Statistik ist. Theoretisch kann man sagen, jetzt hatten wir ja einen Fehlversuch. Dann ist die Chance, dass der nächste gut geht, relativ groß. So, ich habe den jetzt leider nicht bei mir auf meiner Liste hier drauf, weil ich dazu nicht gekommen bin. Terminlich war das heute schlecht möglich. Aber nachdem ich es gestern so intensiv im Video angekündigt habe und ihr ja wisst, auch das habe ich ja gesagt, Unterseite, Oberseite, habt ihr es vielleicht auch selber gesehen. Also insofern hoffe ich mal, dass ihr es gesehen habt. Vielleicht sogar umgesetzt. Das ist aber natürlich euch überlassen, ob das für euch überhaupt passend ist. Aber zum Gucken, zum Lernen, zum Verstehen oder zumindest zum Filtern, dass man sagt, okay, ich verstehe, im Moment sieht es dann noch aus, als ob der Tech-Markt zumindest mal nicht auf der bullischen Seite heimisch ist. Für diejenigen, die auf diese Signalgebung nicht so sehr Wert legen, die sehen vielleicht, dass immerhin die Abwärtsseite relativ stark ist, die Gegenseite relativ schwach war und die Fortsetzung nach unten war. Da muss ich allerdings sagen, das Bild war mir nicht deutlich genug. Auch fünffällig, vor allem nicht überlappungsfrei, wir hatten hier so eine Gegenbewegung, hier vorne auch nochmal, die sind überschneidend. Also dieses Bild ist für mich nicht ausschlaggebend gewesen für den Handel. Einigermaßen ist es richtig, aber eben leider nur einigermaßen und beim Handeln will ich immer, dass es richtig gut aussieht. Also wir sehen, höchster Punkt, tiefster Punkt, das war eigentlich anders gedacht. Höchster Punkt, tiefster Punkt. Gut, er sollte in die Kiste reinlaufen. Das sollte korrektiv sein, das ist also gerne dreiwellig. Dann wäre das der Short Trigger in der Erwartungshaltung, dass sich das nach unten nochmal fortsetzt. Warum habe ich den nicht gemacht? Es hat mir alles gefallen an dem. Nur blöderweise diese erste Welle nicht, weil die soll entweder so aussehen, quasi ohne Gegenbewegung oder eben, wenn es schon Gegenbewegung gibt, ohne Überlappung. Hier gab es mit Überlappung. Deshalb ist das für mich nicht der richtige Einstieg gewesen. Kann man jetzt sagen, ja, das ist doof gewesen. Nee, ist nicht doof. Grundsätzlich ist es gut, wenn man sich an seine Regeln hält. Und das hier ist möglich, dass das ein Leading Diagonal ist. Leading Diagonal sind die ersten Bewegungswellen. Impuls ähnlich, aber mit Überschneidung. Die sind statistisch gesehen aber weniger als 15 Prozent häufig. Und deshalb sagen wir, naja, dann machen wir die halt nicht. Wer sagt, kann man aber machen. Okay, für uns ist das so ein Regelwerk. Nee, machen wir nicht, weil die Chance dafür, dass das passiert, ist kleiner, als wenn das hier ein echter Impuls ist. Aber ihr seht, dass je nachdem, wie stark, wie starr man sein Handelssystem definiert, man dadurch manchmal Trades eben auch verpasst. Na gut, ist ja nicht schlimm. Oder eben manchmal dann dafür aber auch blöde Trades dann eben entsprechend nicht macht. Also insofern überlegt euch, was da für euch der richtige Weg ist. Also das war für uns kein Signalgeber. Aber das ist natürlich ein ganz klassischer Signalgeber. Am Widerstand. Wir erwarten, dass dieses hier korrigiert. Die Chance, dass es jetzt auf dem Weg darunter ist, ist relativ groß. Chance-Risiko-Verhältnis ist auch gut. Passt. Hier ist der Einstieg jetzt allerdings zu spät. Wer jetzt noch nicht drin ist, da würde ich jetzt erstmal nicht reingehen wieder. Das ist kein gutes Zeichen. Aber der S&P ist immer noch in der Nähe dort. Also da kann man sich überlegen und man sagt, na gut, da sind wir ein bisschen später dran. Da ist jetzt vielleicht der Einstieg entsprechend noch möglich. So, ich hoffe, dass das euch eine Idee, eine Anregung und vielleicht ein Beispiel war, wie man auf die Märkte gucken kann. Vielleicht aber auch so ein bisschen ein Filter für das, wenn ihr eure Handelsentscheidung fällt. Zum Beispiel auch bei Einzelaktien ist es immer gut, wenn man wenigstens weiß, was die Indizes so ungefähr machen. Und wenn ihr das verwenden könnt, dann würde es mich natürlich sehr freuen. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.